Haha, Verwirrung, weil wir noch nicht wissen, wer wo lanet. Verwirrung. Wir laden hoffentlich mal rein. Verwirrung. Okay, Guan Yu scheint Solo zu sein. Okay, machen wir mal die rechten Mid-Furries. Es hilft zu treffen, Thomas. Und unser Guan Yu, Smite am Morgen. Ich weiß nicht welche, warum schießt du auch nicht den Vogel? Süß. Bitte sehr. Okay, das wird er machen, leider sind meine Sachen auf Cooldown. Dreckiger Minion. Fuck! Damn you, Agni. Ich habe eine Böse geteckt. Wer ist gegangen? Ich hab mich in den Bewegungen communiciert. An. ا. Hah! Eyu. Süß! Jawa Cold! Sebel! Ich habe einen Schein. Ich liebe dich! Ich bin ein Schein. Man muss einen Schein. Aber wenn die Lane hier so weiter geht, dann kann ich zwar ordentlich ganken und alles, aber ohne einen Solo-Laner wird das auch nicht so gut. Und er ist wieder raus. Da ist Loki. Noch einer weg. Wow. Und der ist tot. Ach, Leute. Und er ist wieder da. Wahrscheinlich wieder, um gleich zu gehen. Gehe ich mit Anu auf Mitte. Wow. Ich werde hier das Video nur an einem Tag hochladen, wo ich zwei hochlade, ansonsten ist es eine riesen Enttäuschung. Oh, ich habe ihn nicht verletzt. Oh, ich habe ihn nicht verletzt. Oh, ich habe ihn nicht verletzt. Süß. Okay. Süß. Bisschen mehr Mana und der Typ ist tot. Loki ist noch hier irgendwo. Abstand und zwar mehr als nur ein bisschen. Was vernünftig ist. Was vernünftig ist. Da mache ich hier nur Mitte. Läuft mal und was ist dann? So was? Hallo Loki. Das war nichts. Übrigens, ich habe das Anrobois back. Dann kann ich mir ja jetzt mal Schuhe holen. Ach man. Ach man. Vier, fünf. Kronos ist hier. Hi. Stört mich noch nicht mehr, dann kann Guan Yu rechts ein bisschen farmen. Ich habe das nicht mehr, dann kann ich das nicht mehr. Ich habe das nicht mehr. Du hast es zu, ob es nicht mehr flerecht ist. Und dann kann ich das nicht mehr. Wie man sie ist, dass ich es nicht mehr anstreben ist. Ich habe das nicht mehr anstreben. Get away! Back off! Hello! You have slayed an enemy! You're beautiful for us! Sorry! Agni pusht off mit ein bisschen, das ist nicht so schön Lofi verfehlt mich, ich verfehle Agni Lofi ist noch einmal hier Headset OP Ah, ich bin gestorben! Ah! Gestorben! Wenn der nur wieder gekommen ist, um beim Aufgeben keinen Dessertor zu kriegen, dann wie korte ich ihn Ich werde Hilfe brauchen, brauchen wir die nicht alle Brauchen wir die nicht alle Um ja, in der Situation vorhin hätte ich eventuell wegspringen müssen Ich bin gestorben! 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 Und deswegen benutzen wir mit Anu den Sprung auf keinen Falle aggressiv Sonst wäre ich der nämlich draufgegangen, wenn der jetzt schon auf cooldown wäre Ich bin gestorben! Schreckende! assumptions! Und wenn der hier nicht eingelde! Ich bin gestorben! 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 Wami zu Passt! Ich bin gestorben! Spam es bitte. Da ist nichts zu helfen wenn du so reingehst. Wow ist der gefeated. Wow. Wenn ich hier bleibe sterbe ich nur. Jetzt Dinge die kann ich mir nicht leisten. Vor allen Dingen nicht in dem Match. Und das war's für mich hier. Wieso klicke ich immer den unteren? Und das war's für mich. Und das war's für mich. Ah, es ist so nervig. Thunderthouse ist wieder raus. Ah, ja. Oh, ist das nervig. Fuck, nee, jetzt mach nicht so'n Dicken. Nur weil ich ständig gegankt werde, heißt das nicht, dass du hier faxen machen kannst. Oh, ein Kronos oder so. Irgendwas hab ich, ja. Oh, fuck it! Oh. 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 Ungefähr jede Loki holt auf Mittel. Ja, so Spiele passieren. Warum will der mich reporten? Das war's für heute. LOL LOL Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Okay. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!